Zu Widerhandlungen werden auf heutzutage bestraft! Bitte! Kommt, Freunde! Kommt, Freunde! Kommt, Freunde! Ciao, Signoren! Und empfiehlt uns bitte weiter! Oh! Warte! Sofort! Ey, runter hier! Jetzt! Du bist der Lege! Bürger! Rotranse Miniano! Hörst meine Warte! Ihr müsst Buße tun! Bereut! Für eure gottlose Arme habt ihr euch den Tor eines Dämonen zugezogen. Berufen von eurer Sünde, wandelt nun in eurer Welt, gekleidet in schatten und Dunkelheit. Und wo er geht, folgt ihm der Vogt. Warum, fragt ihr? Weil ihr euch verirrt habt und eure Freiheit, diesen Schub Lorenzo de' Medici, opfertet. Ihr seid Marionetten, gelenkt von einer Börse, überzeugt von vergifteten Worten. Ihr habt eure Tugend verloren, ihr habt eure Würde verloren, ihr habt den Glauben verloren. Und das zieht den Dämon an, um sich zu nähren. Und nähren wird er sich, während ihr in Ignoranz verloren seid. Wisset, dass gute Männer starben, um euch vor diesem Übel zu bewahren. Männer, die das Land retten wollten, es reinigen. Betet mit mir, meine Kinder, damit wir gemeinsam gegen die Dunkelheit bestehen können. Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden. Und die Erde höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre rinne wie der Regen, und meine Rede riesele wie Tau. Wie der Regen auf das Gras, und wie die Tropfen auf das Grau. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt uns am Zock allein die Ehre. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er... Hinfort, Dämon! Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt! Nein, das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in Pace. Bruder, wie du ohne Zweifel gehört hast, jagt er uns und will Vergeltung. Wir hätten nie zustimmen, uns nie verschwören. Maisko, mit angsterfülltem Herzen schreibe ich diesen Brief. Muss schneller sein. Zurück, du Hund! Ichulle weiß, was er bei dir ist. Wir werden nicht zustimmen. Der Nummer zum Voss. 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 Dann wird wohl verschwören. Denn du bist. Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Der Schatten ist sein Element, mit nervenstark wie Tau. Wen immer seine Waffe gilt, den trifft er ganz genau. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Beim Teufel hört man sie noch schwören, wenn sie seine Rache spüren. Wir wollen nicht mehr, wenn sie nicht mehr, wenn sie nicht mehr, wenn sie nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.